Bremi büde Und wir wollen Klanze, Klanze, Blarer bei Bimini Und wir wollen Klanze, Klanze, Blarer bei Bimini Super, ganz toll. Also haben wir uns schon mitbegült'n. Der hat noch wirklich ganz toll gesungen. Und deine Auffassung jetzt genau. Lassen wir uns das auf! Also, unser Dritter kann sich jetzt noch nicht ansagen, dass die Studenten wollen. Ja, ja. Und wenn du nur zu dritten kannst, mach dir erst mal. Schönen wir zu dritten. Nummer drei. Machen. Sehr gut. Kommt zur Aufgang? So. 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 In dem Fall steht sie zu dritten einer, der. So. 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 Also, und der Tanz kommt so, dass alle zuerst mit dem linken Fuß aufstehen und stehen, also ohne Absetzen, dann mit dem rechten Fuß. Genau, und das ist ein Mussi. Und ihr müsst euch nicht schauen, dass hier zum Dritt jemand Zeitgleich spielt. Das heißt, in einer Reihe zu machen. Was machen wir das? Das ist der Zeitgleich. Das ist der Zeitgleich. Das ist der Zeitgleich. Vielen Dank.